Herzlich Willkommen zurück. Miststück. Aber wo geht das jetzt hin, das Medallion? Wieder zurück zu dir. Spitzenhöschen. Die waren doch hier schon tausendmal drin. Da kotzt doch einer, du. Kann man da auch drauf ausrutschen? Kent? Bei mir steht immer noch Kent. Was? Kent lebt er noch. Wir müssen aber draufschlagen. Wir bringen das Medallion auch zurück. Ach, das ist nicht mal weit. Wir sind schon fast da. Hier drinnen, glaube ich. Syronis. Hä? Jesse ist in die sichere Zone zurückgekehrt. Da ist Troy. Wie, 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 wie. Reden konnte... Danke. Danke. Du hast ein Stück von ihr zurückgebracht. Könntest du mich jetzt in Sicherheit bringen? Nein. Klar, so kriegen wir voll die EP, Alter. Hä? So, es werden die ganze Zeit die Mission machen können. Dann wären wir jetzt schon Level 50, ey. Okay. Wie viel dick EP wir bekommen haben dafür? Aber erstmal das Geld. Ja, die andere schaffen wir nicht mehr. Da steht auch Belohnung. Eine Pistole, Laufen und PP. Okay. Wer ist das? Du hast ja nicht das Essen. Verstehe. Sauna. Oh, ja. Das ist ganz in der Nähe von hier. Ja. Ja. Aber der setzt den Wegpunkt so wie er will. Seht. So, jetzt. Los, schnell. Das schaffen wir eh nicht mehr. Was ist das denn überhaupt? Da, wo der grüne Pfeil ist. Echt? Über 300 Meter. Aber das schaffen wir nicht. 60 Meter. Ja, was ist das denn? Ja, ich hab den hier drauf. Ich hab den hier drauf. Was ist das denn? Das ist den Traur weg. Warte doch mal! Weder schaffen wir nicht mehr. Ne. Ich hab den schon ein bisschen zu Fuß. Wir müssen doch diesen Spassel hier wegbringen. Diesen grünen Pfeil. Womit? Den grünen Pfeil hab ich gesetzt. Echt? Aber wo muss Troy hin? Ich geb ihm meine Waffe. Aber was denn? Ich geb ihm mal ne Waffe. Ja, weil da die nächste Mission wäre. Wie geht das nochmal? Eh, ne? Hey, try! Wieso hast du das Kind noch? Versuch's mal! Ja, klar. Gib dir jetzt mal einen Loli. Warte mal kurz. Hedge, willkommen zurück. Die Richtung, Loli, klar. Haben wir ein Auto? Ja, aber da vorne ist schon großartig. Ja. Zack! Das Taxi steht schon bereit. Warte auf, Troy. Ah, wo ist er dort? Geht ganz genüsslich. Echt? Jetzt habe ich es zum Tor. Ah, erst mal Nase putzen. Wow! Was denn? Hä? Wo ist er denn gelandet jetzt? Keine Ahnung. Sind wir schon da? Richtig Gefühl gefällt. Mach die Markierung mal weg. Hä? Jetzt zeigt mir das an. Sie sind noch ein Meter nach. Ja. Ja. Da muss ich wahrscheinlich so durch irgendwie. Hier geht's nicht weiter. Da vorne rechts. Was ist das? Hey Posey! Warte, ein trauriges Ereignis. Das können wir noch mitnehmen. Ich steh'n direkt daneben. Wo denn? Hier irgendwo. Ich gucke gerade, welches das ist. Da. Ja, wenn du mich nicht da wegschieben würdest. Ich mach sie jetzt! Tragisches Ende. Aber was soll das heißen? Da kommt einfach nur die Musik. Ja, keine Ahnung. Dann kommt tragische Musik und dann geht's weiter. Hier müssen wir sowieso zu Fuß weiter. Ja. Ja klar. Da fliegen die beide zwei Meter weit. Er hat mich. Noch ein tragisches Ende. Aber es ist doch, hier müssen wir einfach. Hier sind doch überall Benzinfeste. Warum nehmen wir die nicht einfach mit? Willst du da gar nicht lachen? Doch. Da geht's doch in die Richtung. Ja, meinst du? Hier gehe ich einfach mal von aus. Wo ist Troy? Er ist tot. Oh, oh. Fuckball-Spieler. Ja, die Ausgeschränkung. Oh, 500. Du verhältst dich wie ein Arsch! Du hast Troy umgehauen. Er wollte es doch. Da muss irgendwo ein Plan liegen. Wieso bekommst du da auch? Weil ich eine Wasserpistole und Motoröl an ihm gefunden habe. Ich dachte, vielleicht könnte man dann so wie so einen Flammenwerfer bauen. Aber vielleicht war es auch nur... Zufall. Was ist denn? Hier ist noch ein trauriges Ende. Oh, Gott! Der 18 erreicht. Sanitäter-Outfit, geil! Ich mag nicht mehr. Ich weiß nicht, recht. Ich weiß nicht, recht. Der war voll das erste im Hintergrund. Ja. Da war der Meter noch was. Wo bist du? Aus der Straße. Wie bist du da rausgekommen? Ganz gerade weg. Achso. Wir müssen hier oben hoch. Hier durch den Laden würden wir gehen. Ja, da gibt's was zu trinken. Nacht. Und Bier. Okay, ich bin wieder bereit. Das geht's. Na klar. Jetzt. Oh eh, tut mir leid. Ja, ich war mir zufrieden. Oh. Du machst deinen großen Fehler. Mach's gut, Troy. Oh, was für ein Pech. Oh, wo sind wir denn lang? Ja, wo nach rechts. Wenn ich deinen Arsch erwäsche. Da, ein dicker Ferrari. Lamborghini. Irgendwie rechts rum. Ja klar. Der Zeit für den Epic-Rump. Mach's gut, Troy. Mach's gut, Troy. Mach's gut, Troy. Eisch. 100 Meter. Ja klar. Ja klar. Ja klar, Troy ist ihm nicht die Situationen zurückgekehrt. Echt? Ja ja. Hätte mir den nur in der Ruhe lassen sollen. Dann wäre... Bauplan. Bauplan. Ja klar, die Autobombe. Hier liegt die Granate, die brauchst du dafür. Aber ich kann nicht beides nehmen. Da musst du eine Waffe so lange wegkriegen. Ich kann nicht nehmen, wenn diese scheiß Gruppe da steht. Hier. Jetzt F. Kombination. Bau. Dann kann ich die steuern. Aber sollen wir's jetzt schon gesteuern? Ne, jetzt noch nicht. Hier geht's kurz zu Fuß weiter. Komm mal. Komm gut. Nicht jetzt. Oh. Ja klar. Ich wollte nur wenden. Oh. Keine Freifahrten. Wie kommen wir denn nach rechts? Hier ist alles zu. Oh. Oh. Scheiße. Kackiges. Dings. Ja, aber wir müssen ja nicht hier durch. Ein Mann, dann kommen wir da irgendwie links rum vielleicht. Zeig mir die anderen aber schon. Fernsehen praktisch wieder. Ja. Ich versuche nur irgendwie einen auf den Weg zu finden. Alles verhaken? Du bist hängesprungen. Na ja. Wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Okay, wir kommen hier dann durch. Vielleicht mit irgendein Tier zu Fuß weiter. Ja. Vielleicht da oben. Vielleicht da oben durchs Gelände oder so. Ja. Ne, warte, mach. Nein. Road Closed. Aber wir kommen zu Fuß Road Closed, oder? Weiß nicht. Ne, scheiße. Doch hier. Ja. Gehe ich einfach mal von aus jetzt. Wir legen über Überraschungssnake. Ja? Oh klar. Was für einer? Ne, das tut ich's mal eben. So ein Teil und so ein Boxabschuss. Ein Teddy? Weiß mal den Bauplan lernen. War ja. Ja klar. Weiß nicht. Gucken wir mal. Ja klar, habe ich da Gummienten dran vorne. Ja klar. Das hat sich ja mal. Der so auch. Ich hab mal Revolver gefangen. Ja, ein Revolver. Zwei Stück. Ja und jetzt? Ja wo? Ja, ich kenn dich. Ja, da kann man diese Tennismaschine schon anmachen. Boah, guck mal. Bäm, 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 bäm. Was denn? Boah, ich werde ich zuschlagen kann. Ja. Hey. Ah. Boah. Aber wir müssen da rüber. Da ist der Funkturm. Kann ich ihn doch sehen. Da kommt er doch. Da ist er ja direkt. Wir müssen da irgendwie rüberkommen. Ja, hier ist ein Weg. Über den Tisch. Oh. Wieder zurück an den Tennisplatz vorbei und dann hoch. Oh ja, ich bin da. Hier ist der Pool. Hier liegen eine Woche. Wer da muss. Klar haben die noch, äh, Betonfüße. Was? Was? Wie von der Mafia gemacht hier. Ja klar, das hätten die ja so. Ja, und jetzt? Hier ist noch ein Weg. Scheiße. Boah. Ich bin nicht der Feind. Da sind wir doch gekommen, Alter. Ja, aber wir müssen da irgendwie, aber der zeigt mir das in die Richtung an. Ja. Man konnte von, 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 von hier unten. Ne, wir sind doch vom, vom Hausinneren gekommen, oder nicht? Weil hier zeigt er mir an, da ist der Funkturm. Ja, sind wir falsch. Ich sehe doch den Funkturm von hier aus, aber wir kommen da einfach nicht rein. Guck mal, wo da die Zombies sind. Doch, hier können wir vielleicht rüberspringen. Da müssen wir nicht durch. Wir haben irgendwas vergessen. Scheiße, ich brauche eine Waffe. Aber wie? Hier ging es ja doof, da dachte ich vielleicht. Ich spring da jetzt rüber. Ja klar, das geht nicht. Vielleicht ist es mal da hinten dran. Ich geh jetzt mal da hinten zu der einen Höhe, wenn ich reingegangen bin. Ja klar, wird dann nur hier anziehen. Boah, wie die fliegen! Hier links ist auch noch eine Tür. Ne, in einen weiter ist das gewesen. Hab dich, Lutscher! Okay. Hier. Ruhig dich. Hier können wir doch hochblenden. Hier ist eine Figur. Ja. Aber wir kommen nicht weiter hoch. Nein, da hinten ist auch noch eine Tür, wo wir reingehen können. Aufhören, Arschloch! Ja? Was zur Hölle? Hier. Da ist auch dieses Zeichen der Rettungsstation. Ja. Das kann doch nicht sein. Ja, hier ist es. Blindfische. Ja, vor allem ich. Ja. Da ist auch ein Zeichen der Rettungsdruck. Ja. Warte auf einmal ein Spiele! Ich bin doch schon lange da. Sie sind total verrückt! Los geht's. Tag 3. Aber 1, 2, 3, 4. 3 Tage, 2 Stunden. Aber wir sind eigentlich gut voraus, oder? Guck mal, wir sind jetzt Kapitel 4. Aber wir haben noch... Die Tage sind hinterher. Hey! Schreck mich nicht so. Du hättest noch nicht weg. Zu schade. Yeah. Bingo! Hände hoch, Leute! Hände hoch! Gary? Ich hab dir vertraut. Du ruhig dich, Kleines. Es ist nicht seine Schuld. Ich wusste, du hast mich genommen. Du bist die Kleine, die meinen Boss suchen. Du kommst mit mir. Guck mal! Bingo! Gebietsrauben! Das ist sie! Ähm... Bats! Hey, hey! Ganz ruhig! Was ist passiert? Wo sind sie? Die Speck-Obs-Razzia! Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnten? In den letzten Tagen haben sie an einem provisorischen Gefangenenlager gearbeitet. Drüben in der alten Taxi-Zentrale in Ingleton. Sicher sind sie jetzt dort. Was wird das mit sehen? Familie geht vor! Shit! Wir müssen gehen. Ich denke, ich werde Verstärkung holen. Gegenüber vom Gefangenenlager ist ein altes Gebrauchtwagenlager. Wir treffen uns auf dem Bürodach. Dann sehen wir weiter. Oh ja. Aber erst in der nächsten Folge. Macht's gut!